Vergessen Sie den Alltag und genießen Sie die Zeit in den Freibädern von Nürnbergbad. Das Freibadstadion ist ein großes, beheiztes Freibad mit 10 Meter Sprungturm und Liegewiese, attraktiver Rutsche, Nichtschwimmerbecken, Schwimmerbecken auch mit Rutscheneinstieg für Menschen mit Behinderung, Attraktionsbecken mit Strömungskanal, einem großen Kleinkinderbereich mit Bachlauf, sowie Planschbecken mit Wasserspielgeräten, Ballspielwiese sowie Beachvolleyballfeld, FKK-Bereich und ein Restaurant mit öffentlich zugänglichem Biergarten. Kommen Sie uns besuchen im städtischen Freibadstadion in der Hans-Kalb-Straße 42 in Nürnberg. Mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichen Sie uns mit der S-Bahn Linie 2 Haltestelle Frankenstadion, mit dem Bus Linie 44 Hans-Kalb-Straße und Linie 55 Max-Morlock-Platz. Bei allgemeinen Fragen erreichen Sie das Freibadstadion unter 0911 86 92 87. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!